Hey Leute, ich spreche stellvertretend für unser Team von Chancen für Alle. Wir haben herausgefunden, dass ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler gerade keinen Zugang zur Bildung hat, weil es ihnen an der notwendigen Hardware mangelt. Das heißt, egal wie gut die Bildungsplattform, egal wie gut die Lehrkraft, die Kids haben keine Chance am Ball zu bleiben und das trifft vor allem die Schwächsten. Wir haben deshalb eine Lösung entwickelt, die ein kleines Hardware-E-Learning-Cat umfasst. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir bestehende Hardware verwenden, also keine langen Lieferzeiten aus China warten müssen und gleichzeitig die Kids kein Know-how brauchen, das Ganze aufzusetzen, sondern einfach nur zusammenstecken müssen. Trotzdem brauchen wir eure Unterstützung. Seid ihr Lehrkraft? Dann lasst uns wissen, wo der Bedarf gerade am größten ist. Als Privatperson, Unternehmen oder Organisation könnt ihr uns mit gespendeter Hardware oder Geldspenden unterstützen. Klickt auch da unten auf unsere Website, schaut an, wie ihr helfen könnt. Seid dabei und wir freuen uns, dass E-Learning ab morgen auch für die Schwächsten in der Gesellschaft wieder möglich ist. Danke! Vielen Dank! Vielen Dank!